Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play MMG Minecraft Minigames Wir sind bereits bei Folge 7 und spielen Bad Rock Battle Auch dem TheWaste.net Server Bad Rock Battle ist halt so ein Battle Wo man in der Wand ist und dann die Wand hochbauen muss Und die anderen Gegnern tötet So, ich schnapp mir direkt mal ein bisschen Erde und sowas Ich schnapp mir natürlich nicht alles Aber schon mal etwas So, dann Gut, gut Schnell hier Man muss echt gut schnell oben sein Hat man auch gewinnt Und wir wollen ja gewinnen, ne? Und was macht der Typ? Der macht mal wieder gar nichts Toller Team, Kollege Respekt Ich mag dich jetzt schon Sehr So Ich baue mir immer drei Holz ab am Anfang Für eine Walkbench Und Damit ich Mir eine Spitzhacke machen kann Ne, keine Spitzhacke, sondern Dadurch das auch Und Ja Die stelle ich meistens hier hin Dann mache ich mir jetzt eine Spitzhacke Und Fahre mir Sechs Steine Einmal für eine Steinspitzhacke Für später Oben ist nämlich Eisen, was man abbauen kann Ist eigentlich sehr, sehr praktisch Mache ich immer Und Ja Ziel ist es, alle Gegner zu töten Und das mache ich gleich auch Aber erstmal Noch ein bisschen Bäume fehlen Weil wir brauchen Holz Wir brauchen insgesamt 120 Leitern Und dann noch Ähm Ja Holz, ne? Noch ein bisschen zum Hochbauen dann Hier wird es sehen Ich brauche also insgesamt Und circa ein Stack von Den Holz hier Steinblues Ich habe keine Steine Farben dir welche Farben dir selber welche Ja, bitteschön Damit er nicht herumholt So Er sagt zumindest nur Danke Das ist nett Ja Das macht heute auch nicht mehr jeder Der Server Er leckt glaube ich Ein bisschen Oder ist das meine Einbildung? Ich hole mir mal hier noch ein paar raus So Komm bitte schneller, schneller, schneller So Wir sind zur Zeit noch Am Westblau Oh Bauen die sich schon hoch? Ne Bauen sie nicht Gut So Sie darf jetzt Also er darf nicht sterben 32 Holz Das sind zwei Stacks Davon Ich brauche Warum ist noch was? Ich glaube ja Mann ey So Ich denke da müsste es aber reichen Wenn ich jetzt hier noch das weg mache So wie viel habe ich? 5 Komm Komm Wir bauen noch ein paar Drehende noch ab Sicher ist sicher Weil 12 mal 3 sind 48 Weil 2 sind genug Ähm Ich brauche auch noch 13 So Ups Jetzt habe ich mir erstmal Knöpfe gemacht Nice So Äh Achja Das würde ich machen Genau Oh Gott Das reicht doch nicht Glaube Denke ich Oder Brauchen Circa Doch 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 Das reicht doch Und schnell hoch Oh ne Gelb ist uns voraus Chancen Fell Und Janik Aha Hm Das wäre denke ich mal knapp Gott Ich hoffe die haben nicht genug dabei Mist Äh Habe ich jetzt einiger Blöcke Ach ne Bitte nicht Nicht dass ich daraus jetzt Dingsbums gemacht habe Ähm Oh Sie haben es nicht Sie haben es nicht geschafft Das ist gut Äh Es wird doch knapper als ich dachte Hm Jetzt bin ich mal gespannt Ob es noch reicht oder nicht Wir haben noch 20 Ja doch 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 Reicht Reicht Look Easy So Jetzt brauche ich das Ähm Da hin Da Dann da So Und So Okay Das heißt Schau mal Das ist gut Och man Ich habe wieder kein Essen mitgenommen Das ist mein einziger Fehler Das ich hier zur Zeit mache Das ist einfach kein Essen mitnehmen Naja Nicht so schlimm So ich mir erst mal hier den Stuff Enderpern sind immer super Unsichtbarkeitstank auch Nicht die große Kürtel Ich bin oben Alter So jetzt brauche ich mir hier schnell Eisen ab Wenn ich mir leicht Lava einmal machen kann Ich denke das müsste schon reichen Erstmal mache ich mir natürlich ein Schwert Schwert ist da Jetzt kommt der Rest Ich muss Achten wann die Gegner kommen Weil das ja dann doch ziemlich hektisch werden könnte Wenn Mutter überreibt Dein Anliegen Achso Toll zu spät Egal Mann Man kommt die zu spät Hunde geben kein Fleisch Ne Schade So dann mache ich mir jetzt hier mal Lava Eimer Sieben stück Ja Ist er meint Im jahr Juli Okay Ich komme sofort Nachdem ich Hier ist gelb Ja Ich bin nämlich eben Hier die ganzen Einmal voll Weil die kommen ja jetzt Den Augenblick hoch Auch mal nur Wieso verlässt er jetzt das spiel Nur weil er gestorben ist Das ist ja lächerlich Das ist ja lächerlich Ähm Ich weiß nicht Ob ich es da runterfallen soll Ich weiß da wieder eine Enderperle hin Sicher ist sicher da über das Wasser Und dann hole ich mir erstmal Die kommen wir dahin Den nehme ich mir sicherheitshalber mit Hey wo sind denn die Kühe Und du hast ja viele gespawnt Ich bin ja richtig stolz auf dich Das ist nur die Frage Woher gestorben ist Wenn ich sie jetzt hier nichts Oh man Wieso tötet ich denn so viele Achso Er hat gebraten Ah da liegen seine Sachen Okay Die nehme ich mal mit Und sein Fleisch auch So Das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus Das kann er da Das kann er da Das kann er da Und wir gehen wieder hoch Und töten jetzt die anderen Würde ich mal so behaupten Das wird nicht so schwer sein Denke ich Ach ne Jetzt habe ich wieder diese Show FPS an Eben ausmachen Grafikeinstellung Performance Nee Also Show FPS off Und gehe wieder hoch So Ähm Anderpäle bringt jetzt nicht so viel Ich bin immer noch am weitesten oben Das ist schon mal gut Lava habe ich Ich habe alles Nee Ich würde hier Die Diasta Die würde ich auch nicht abbauen Bringt einem Im Prinzip gar nichts mehr Weil oben hat man halt Lava Eisenrüstung Das wäre jetzt nicht ganz so gut Wie eine Diarüstung Aber Man hat so Lava und sowas Hm Weiß ich nicht Finde ich eher unnötig Wenn man hier warten würde Weil oben sind ja auch Inderperlen und sowas Das ist schon nice Würde ich mal behaupten So Ich denke die Runde Die gewinne ich sehr gut Auch wenn man Team Kamerad Lefted ist Mann 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 Ja Auf jeden Fall kommt morgen Ähm Lucky Blocks Geh gern den Flaschenator Der freut sich schon Hoffe ich Und jetzt tötet ich Den Typen Ja ich denke ja Ich muss mal gucken Wo ich die Lava einplatzieren muss Ich glaube ich Muss mir was bauen So Jetzt die Änderung Und jetzt kommt Hier hin Lava So Oh Gott Oh 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 Das war gefährlich Wer lebt denn noch Blau lebt noch Blau ist hier Warum die sich denn noch Da hinten Oh das ist aber Eine Kackstelle Muss ich ja mal sagen Ne Vielleicht fällt der auch noch runter Oder was Okay Ich komme mal hinterher Hi Ich komme Oh ist er allein Ne ist er nicht So der ist Der ist auf jeden Fall Schon mal down Der andere ist da oben Interessant Wie ist hier alles voller dirt Der ist ja verrückt So Bonjour Der ist auch schon mal tot So Team Blau ist schon mal raus Jetzt nur noch gelb So Oh Hey Ich dachte ich hätte Ich dachte ich könnte es überleben So hoch war das nicht Naja Okay Aus Dummheit Mal wieder gestorben Wer kennt es nicht Ja Dies war es damit Bedrock Tower Defense Oder wie das jetzt hieß Ne Bedrock Battle Wir sehen uns morgen Bei Lucky Blocks Würde mich über eine positive Bewertung freuen Und Ja Bis dann Eure Eule Tschüss